hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zum 19 teil meiner tutorial serie wie geht eigentlich esp home heute möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal ansehen wie wir mit esp home in der lage sind werte aus home assistant abzufragen und in unserem home assistant projekt zu verwenden vorab ganz kurz erwähnt ich bin kein großer freund davon logiken die abhängig von anderen geräten sind auf unserem esp zu verankern ich finde wenn diese abhängig von anderen geräten sind dann sollte die abhängigkeit in form von automatisierung oder ähnlichem im home assistant also zumindest zentral verwaltet werden und nicht auf diesem gerät aber es gibt diese möglichkeit insofern möchte ich euch die natürlich auch nicht vorenthalten und das soll auch nicht heißen dass die lokalen automatisierungen oder ähnliches sinnlos sind denn wenn ich hier jetzt mehrere sensoren und relais und so angeschlossen habe und ich möchte jetzt in abhängigkeit von dem sensor das relais schalten dann wiederum hört das natürlich auf den esp und nicht ins home assistant aber abhängigkeit zu anderen geräten finde ich persönlich sollten auch zentral verwaltet werden legen wir mal los schauen wir uns das ganze einfach mal an es gibt dazu im esp home drei verschiedene arten von sensoren vom typ oder von der plattform home assistant und zwar einmal gibt es die möglichkeit status also einen binärsensor damit können wir also prüfen ist unser gerät an oder aus ist der sensor offen oder zu wie auch immer also die üblichen zwei werte dann haben wir die möglichkeit numerische werte abzufragen zum beispiel wie viel grad ist es gerade im büro oder ähnliches und die dritte variante wäre dann ein text sensor und damit wenn wir zum beispiel in der lage abzufragen welcher effekt ist gerade auf unserer rgb led aktiv diese drei varianten gibt es und diese drei varianten schauen wir uns auch in diesem video einmal näher an brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcb way bekommst du zehn zweilagige platinen für nur fünf dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcb es bietet pcb way auch flexible oder aluminium pcb wer nicht selber löten möchte kann pcb way auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcb way bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laser zuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melting kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcb way.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video so hier sind wir jetzt bei mir im home assistant und legen auch direkt los wie ich gerade schon erwähnt habe gibt es drei verschiedene arten um werte aus home assistant nach esp home rüber zu holen also brauchen wir jetzt erst einmal auch diese drei werte die wir uns abholen wollen wir brauchen also einen binary sensor dafür würde ich vorschlagen nehmen wir das bürolicht dann haben wir einmal einen normalen sensor also einen numerischen wert da würde ich jetzt einfach mal einen helper anlegen mit dem wir einfach einen numerischen wert erzeugen können und die dritte variante wäre dann der text sensor hier könnte man natürlich auch einen helper nehmen aber ich würde vorschlagen wir wählen einfach mal das beispiel was ich eben schon angesprochen hatte und zwar einen effekt auslesen welcher gerade bei rgb leds aktiv ist dafür würde ich an der stelle dann meine selbstgebauten nano leafs verwenden und das bereiten wir jetzt einfach mal vor nano leafs und das bürolicht habe ich schon eingebunden den helper legen wir mal eben noch an ich gehe dafür auf einstellungen helfer sagen hier einfach mal helfer hinzufügen hier haben wir ja die möglichkeit verschiedene eingebbare werte uns einfach zu generieren quasi die variablen vom home assistant und hier erzeugen wir jetzt mal einen helfer vom typ nummer den nenne ich jetzt einfach mal number sensor mit einem wert von 0 bis 100 ist in ordnung wir nehmen auch den schieberegler mit einer schrittgröße 1 maßeinheit soll uns auch erst mal egal sein und ich sage einfach mal erstellen binden wir jetzt direkt diese drei geräte mal auf unserem testreiter ein dafür sagen wir hier oben jetzt benutzeroberfläche konfigurieren fügen eine karte hinzu und zwar wie immer die elementekarte fangen wir an mit dem binary sensor also in dem fall ist es ja kein binary sensor sondern es wird nachher erst zum binary sensor aber wir möchten hier jetzt gerne den status unseres bürolichts auslesen binden wir es also mal ein damit wir es hier auch nachher schalten können der zweite sensor den wir uns erstellen möchten wäre der number sensor also suchen wir jetzt unseren number sensor und für den text sensor dann die w led integration und dabei handelt es sich um meine nano leafs so damit hätten wir jetzt die voraussetzungen geschaffen das heißt hier können wir unser bürolicht ein und ausschalten wir können unseren number sensor auf einen beliebigen wert zwischen 0 und 100 setzen und bei unserer w led integration haben wir hier die möglichkeit den effekt zu ändern und diese drei zustände die möchten wir jetzt in unserem esp home projekt auslesen wie das geht das schauen wir uns jetzt sofort an gehen wir dazu erstmal nach esp home und erstellen ein neues projekt ich nenne das mal ha sensoren wie immer die temporären wlan daten wir wählen ein spezifisches bord wie immer den d1 mini und die konfiguration ist erstellt wir sagen jetzt hier wieder bearbeiten tauschen die temporären wlan zugangsdaten gegen unsere secrets aus schmeißen die unnötigen kommentare raus und dann kann es auch schon losgehen wir speichern das ganze einmal und werfen als erstes einen blick in die dokumentation dazu gehen wir auf die esp home seite und suchen jetzt hier einmal nach home assistant sensor und da sehen wir auch schon die drei komponenten home assistant binary sensor home assistant sensor und home assistant text sensor ich öffne mal direkt alle drei und wir fangen mit dem binary sensor an und hier könnt ihr auch noch mal lesen der home assistant binary sensor erlaubt uns einen binary sensor im esp home zu erzeugen der stati aus home assistant in unser esp home über die native api importiert das ganze ist auch wie immer recht einfach wir haben hier einfach unter binary sensor unseren plattform eintrag home assistant dem geben wir einen namen und teilen ihm nur noch mit entity id doppelpunkt unsere entity id mit die wir eben in unser esp home projekt importieren möchten und somit haben wir einen binary sensor basierend auf unserem zustand der entität in home assistant ab der home assistant version 20 21.6 ist es sogar möglich zustandsattribute aus home assistant als binary sensor anzulegen das sehen wir hier im zweiten beispiel hier wird dann auf ein attribut von unserer entität zugegriffen voraussetzung dafür ist wieder dieses attribut muss natürlich auch ein boolean sein heißt das attribut darf nur true oder false beziehungsweise on oder off als rückgabewert haben wenn wir jetzt hier nochmal unten in die attribut liste sehen dann sehen wir schon das waren eigentlich auch schon alle attribute die es hier bei dem home assistant binary sensor gibt name entity id attribute und die id natürlich stehen uns auch hier wieder alle attribute beziehungsweise alle eigenschaften von unserer integration also von binary sensor zur verfügung das kennen wir ja auch schon insofern würde ich sagen wir legen direkt mal los ich kopiere mir mal hier diesen binary sensor eintrag wechsel nach esp home und füge hier am ende das ganze ein ich nenne das ganze jetzt einfach mal bürolicht aktiv und jetzt müssen wir einmal kurz schauen welche entity id hat denn unser bürolicht dafür öffne ich einmal eben die entwickler werkzeuge suche hier nach bürolicht und da ist auch die entität id leitpunkte 2 unterstrich l1 die entity id kopieren wir also nach esp home hinter den attributs schlüssel entity id damit ist unser binary sensor auch schon fertig und unser esp home projekt weiß ab sofort immer über den aktuellen zustand unseres bürolicht bescheid das speicher ich jetzt einmal und wir machen direkt weiter mit unserem sensor und auch der sensor ist wieder hundertprozentig wie der binary sensor aufgebaut er macht letzten endes ja auch genau das gleiche mit dem kleinen unterschied dieser hier liefert wie wir hier auch noch einmal als notiz lesen können nur numerische werte das heißt für binärwerte haben wir unseren binary sensor also alles was zustände on oder off true oder false oder sowas angeht dafür haben wir unseren home assistant binary sensor wie wenn gerade erzeugt haben sobald es sich um zahlenwerte handelt verwenden wir den home assistant sensor und hier steht es auch noch mal wenn man texte von home assistant importieren möchte wie zb die eben schon erwähnten effekte unserer w led integration dann müssen wir den text sensor verwenden zu dem wir gleich auch noch kommen nehmen wir aber jetzt erstmal hier den numerischen sensor also die normale sensor integration das beispiel kopieren wir uns wieder wechseln wieder nach esp home fügen auch das hier unten ein hier sehen wir auch noch mal es ist eigentlich genau der gleiche aufbau das nennen wir jetzt einfach mal helper number denn das liefert uns ja den wert unseres helpers zurück gebe zu die namen hätte ich eigentlich genau andersrum auch wählen können ich suche hier mal nach number diese entität von unserem helper brauchen wir jetzt die kopieren wir uns tragen auch diese hier wieder bei entity id ein und fertig ist unser sensor für numerische werte fehlt jetzt nur noch unser text sensor und auch den schauen wir uns einmal kurz an und auch dieser ist wieder genau gleich aufgebaut wir haben wieder nur platform home assistant name und die entity id optional können wir auch hier wieder einen wert aus einem attribut abrufen und genau das möchten wir jetzt beim text sensor dann auch wirklich einmal machen also kopieren wir in diesem fall mal das zweite beispiel wechseln wieder nach esp home fügen unseren text sensor hier auch noch ein in dem fall möchte ich hier aber auch noch einen namen vergeben und zwar nenne ich das ganze jetzt einfach mal nano leaf effekt und wir brauchen wieder noch unsere entitäts id und diese lautet light.wlett auch die kopieren wir wieder tragen sie wieder hinter entity id ein und damit ist auch dieser text sensor fertig wir speichern das ganze und installieren es mal auf unseren d1 mini dafür klicke ich jetzt hier mal auf install wähle plug into this computer wähle den com 5 aus und sage verbinden so die konfiguration wurde installiert binden wir das ganze doch direkt mal ins home assistant ein wir schließen das ganze und sehen jetzt hier unsere ha sensoren sind online im unterschied zur alten esp home version steht jetzt hier nicht mehr online sondern es werden nur noch die fehler hier oben angezeigt oder die hinweise wie offline oder verfügbares update solange hier nichts steht ist alles in ordnung heißt unser sensor ist verfügbar kurzer hinweis damit die kommunikation zwischen home assistant und dem esp home gerät funktioniert also damit unser esp home gerät auch seine werte vom home assistant abfragen kann muss es als integration in home assistant eingebunden werden wir haben keine benachrichtigung also klicken wir hier wie immer auf logs holen uns hier oben die ip adresse sagen einmal kopieren gehen auf einstellungen integrationen sagen integration hinzufügen suchen nach esp home und tragen jetzt hier die ip adresse unseres gerätes ein ich sage absenden hier sehen wir auch noch mal ha sensoren ist also das richtige gerät und ich sage fertig und jetzt sehen wir hier ha sensoren ein gerät drei entitäten und zwar bürolicht aktiv helper number und nano leaf effekt und diese drei legen wir uns jetzt auch mal auf unsere übersicht wir gehen dafür wieder auf den reiter test sagen benutzer oberfläche konfigurieren und fügen jetzt eine neue karte hinzu nehmen wieder die elemente karte und fangen jetzt an mit unserem bürolicht und hier sehen wir jetzt haben wir unseren binary sensor bürolicht aktiv als zweites hatten wir den numerischen wert also suchen wir noch mal nach number das hier ist unsere eingabe also ist sensor punkt helper number der sensor unseres esp home projektes und als letztes haben wir noch den nano leaf effekt sensor das speichern wir jetzt mal so und jetzt sehen wir haben wir hier bürolicht aktiv steht auf aus helper number steht auf 20 und nano leaf effekt auf blink rainbow wenn ich jetzt hier das bürolicht einschalte sehen wir unmittelbar danach wechselt auch unser bürolicht aktiv sensor auf an und genauso wenn ich ausschalte wechselt dieser wieder auf aus ebenso wenn ich jetzt hier den number value umstelle dann ändert sich auch hier von unserem sensor sofort der wert und natürlich genauso ist es auch wenn ich jetzt hier einfach mal den effekt umstelle wird im gleichen moment auch der effekt in unserem sensor aktualisiert und so haben wir jetzt im esp home die möglichkeit mit zum beispiel on press wie wir das schon kennengelernt haben auf änderungen dieses binary sensors zu reagieren und zum beispiel zu sagen in dem moment wo das bürolicht eingeschaltet wird soll irgendein switch unserer esp home komponente eingeschaltet werden ja soviel zum thema werte aus home assistant in esp home abfragen ich hoffe ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt stellt sie mir wie immer gerne unten in den kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox bei uns auf dem discord werden täglich viele interessante themen rund um home assistant arduino raspberry pi 3d druck und 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 natürlich auch esp home diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich wie immer hat euch das video gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns direkt morgen im nächsten teil wieder sehen würden denn da schauen wir uns einmal an wie wir einen mqtt sensor erstellen können sprich wie können wir auf einem bestimmten thema in mqtt lauschen und darauf entsprechend mit unserem esp home projekt reagieren bis dahin verabschiede ich mich hier mit und sag einfach bis zum nächsten video ciao